Quatsch, wenn wir jetzt in der 1.20 anfangen, weil die 1.21 ist schon ein cooles Update. Ich weiß gern, was soll da kommen? Ähm, was soll denn da kommen? Hier diese Trail Runes, hast du schon gesehen? Ach, ach so! Und das ist halt auch geiler zu zweit. Je mehr Spieler du da mit drin bist, das sind so Kampf-Dungeons, ne? Je mehr Spieler du da drin bist, desto schwieriger wird das. Das heißt nicht, wenn du jetzt mit drei Leuten da drin bist, dass es dann komplett easy ist, dann spawnen auch mehr Mobs. Mhm. Und noch hier dieser Maze, dieser Hammer, diese Waffe, die komplett broken ist. Da soll doch auch dieses komische Sprung-Item da kommen, weißt du, was ich meine, Luca? Diese Wind Charge, ja. Genau. Ja, das hat alles auch mit den Trail Runes, oder wie die heißen, zu tun. Okay. Also, wird schon cool. Hallo. 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 Jetzt erwarte ich von dir ja nicht was. Mehr als 1000 Damage. Let's go. Ich erwarte nix von mir. Mindestens so wie eben. Das reicht mir. Was machst du? Ich erwarte so viel wie eben nur. Ich warte auch volle Leistung von dir. Ah ja, die haben sogar sehr schön, freut mich. Rock, Achtung. 50 Damage schon mal gemacht. Ah, Hilfe. We're down. Hold on, ist weg. Ja. Ich hab ihr den Headshot gegeben. Der hat nicht mehr gezielt. Boah, Janik, okay. Hold on, down. I see. Mercy one. Guck mal, im Abhauen. Luka wurde doch gerade gehackt. Ja. Ich sag dir so. Mit not 4pm wäre das nicht passiert. Mercy hat down wieder. Oh Gott. Danke, Rosa. Nein, ich bin gestunnt. Ah, ich hab keine Heilung. Nein. Nein. Rosa, äh. Ja, ich geh mal. Was gut, hab überlebt. Oh Gott, Digga. Kommt noch was? Hab die Golde. Von hinten, von hinten. Moira one. Äh, hier Soldier Wood Crest. Soldier, Soldier, Soldier. Ich sterbe gerade. Hab ich. Ich röte. Ja. Wo du röte? Ne. Hab Mercy aber bekommen. Das war mein Ziel. Sehr gut, ja. Das war geplant. So, 1000 Schaden hab ich by the way schon. Moira down. Ja. Janik, brauchst du Heal? Ne, brauchst du nicht. Ne, ne, lass das mal chillen, komm. Soldier, 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 Soldier. Ich kann mich hier hoch tp'n, theoretisch, ne? Older down? No, der war ja One-Shot. Komm, war hier. Oh, der Orb. Hilfe. Ich hab Ult. Kannst auch rein. Jetzt Ult, 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 Ult. Am Kill. Punkt, 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 Punkt. Mercy. Alter. Was hab ich da gerade gesehen? Ich seh wer im Punkt. Ja, ich glaub Sombra ist da. Ich bin gut. Ah, ich steh wieder hinter einer Wand und werd gekillt. Hi. 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 Achtung, ja, nicht hier. Moira. No. Den dicken Header. Soldier down. Und wir eben abbauen hier. Bist du. Moira low. Hex, ich bin Hex. Ja, ich auch. Wir sind tot, Allah. Ne. Lebe noch. Oh, geil. Deswegen, aber du bist jetzt tot. Ah, ja. Das schaffen wir nicht mehr hin. Aber die fühlen sich jetzt richtig, weil sie so Ultis kombiniert haben. Alter, seid ihr krass. Ja, was soll ich da machen, Digga? Ja, ich hab grad vor Real diesen Meme gemacht, wo der Peace-Techno verschwindet. Chat. So, fuck ich jetzt ab? Hi. Oder nicht? Ich hab auch gerade gedacht. Hey, ganz ehrlich, ich bin nur einmal gestorben. Und das war eben, Digga, ich schwöre. Ozan, was machst du mit mir, Alter? Du hielst mich so gut. Ja, ich scheiß alles in euch rein gerade. Äh, ist halt die Frage. Luca geht auch richtig mit elf Kills. Luca kann ich nicht so gut heilen jetzt. Ähm, darum. Ich kann auch wieder wechseln. Nein, nein, alles gut. Ich kann auch. Ja, dann kannst du mich auch gut mal rausziehen. Okay, dann bleib ich bei Echo. Ja, gut rausziehen. Exakt. Yeah. Ich muss echt mit Echo mehr dran denken, meinen Rechtsklick zu benutzen. Oh, Evo-Gang. Nein, ich bin gestand. Hilfe, ich muss weg. Nein, wieso ist meine Schrift jetzt abgebrochen? Ich konnte jetzt halt nicht raus holen. Ja. Äh, Mama. Oh. Das war nicht so smart, Tank uns alleine zu lassen. Kuss geht an ihn. Hi. 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 Hier rechts, ne? Oh mein Gott, Hilfe. Scheiß, das war's, glaub ich, wie hier. Ja, der kommt zurück. Ja, ich bin... Ich bin... Kritisch. Musst alle an, ja. Ja, da. Öh. Boah. Alter, ich bin dem Rock gedodged, alter. Alter. Äh, irgendein, Fragezeichen. Wie, geiler Revival von ihr. Scheiße, der sie wegzippt wird. Digga, warum red ich hier grad so carefully durch? Das ist das. Ja, aber alles richtig. Okay. Ich hab' ult. Ja, bitte eins. Siehst du, der ulti da, ulti. Push die beiden, push die beiden. Hier, komm her. Ich bin tot so fast, oh Gott. Danke. Oh, Luca, warte. Muss nachladen. Gleich ulti. Hab' einen down. Oh, ich kann nicht pullen. Ich kann euch da nicht rausziehen, leider. Alles gut. Luca, ich kann dich da nicht heilen. Ja, alles gut, warte. Sehr schön. Sehr schöner Klon. Mercy, one shot, mercy, one shot. Mercy down. Oh, Janik, du bist zu tief. Check my down. Komm her. Danke. Ich hatte meine Shift, aber alles gut. Ich hab 14 Kids. Oh, ne Shisha. Alter, Luca, lass Pfeiffer rauchen. Ich hör' Sombra hier irgendwo. Sombra auf Punkt, Sombra auf Punkt. Ah, fuck, jetzt ist sie weggepiert. Ich bleib' immer hier. Die ist hier irgendwo. Ja, lass dich auch einen Punkt chillen. Ich wurde gagged. Ich wurde gagged. Scheiße. Oh, es war der Ulti. Er ist tot. Sombra auf Punkt, Sombra kommt. Ja, lass' Punkt. Wurde gerockt. Lass' ich sehen. Ja, du kriegst Ulti, das ist, ne? Ich hab' Ult. Komm, Kill. Der 2. Soldier da. Geh auf, Soldier. Ah, er ist tot. Alter. Junge, ich geh' auf einmal richtig ab. Was? Oh, ihr beide geht ab? Ja, ich schwöre, Luca, wir sind Schätz, Digga. Komm her. Danke. Ey, lass' einfach auf Punkt bleiben. Lass' auf, ehrlich, lass' Assi spielen. Ja, aber ich flieg' gerade zurück. Hallo. Moin. Sigma wird gleich Ult haben, ne? Ich kann auch nur einen rausziehen. Das Ding. Alles gut, alles gut. Ich bin hackt, ich lebe. Ja, Sombra geht auf mich, ich bin tot, leider. Ja, scheiße. Sombra down? Mach dir trotzdem, komm schon, Jungs. Komm schon, Jungs. Nee, ich bin tot. Die hat mich verfolgt, die alte. Mach, Luca. Stell' hin, scher, 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 scher. Die haben, die haben, die haben, die haben, die haben. Ja, okay, sonst noch was? Ich defil mich auf den Punkt. Gehackt. Ja, Timo. Was sonst noch? Sonst noch Wünsche? Der ist down. Nice. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir müssen wiederbleiben. Nice, haben wir. Schafft sie nicht. Wir haben's. Wir dürfen wir haben. Overtime noch. Gehst tot. Soldier. Ja. Nice. Komm, Migrant. Oh, mein Gott, danke. Haben wir. Nice, Alter. Ja, nix, stabil. Digga, 20 Kills auf einmal. Ich bin 21. Also, wie lang, so langsam verstehe ich Echo. Ich verstehe nur den Beam noch nicht so ganz. So langsam verstehe ich, wie man Reaper spielen muss auch. Ja, Reaper ist auch nicht schwer, da gibt's nicht viel zu verstehen. Da muss er treffen. Ich hab nur 29% Accuracy, deswegen. Ey, ich hab 7 mit Lamp-Rieber. Ich? Ich hab 23. Aber ich schieß auch nicht, ich heile nur. Äh. Aber Digga, deine Heel sind so gut, Junge. Ja, genau. Ja, wenn man sich als Supporter auf Heelen konzentriert, dann ist das noch nicht schwer. Man könnte es theoretisch. Du heilst mich und ich bleib einfach in deiner Umgebung oder sowas, Digga. Musst du nicht. Du kannst einfach bleiben. Ich bin Deiner. Ich hab dich schon. Ja, aber wenn du mich, wenn du mich heilst, muss ich einfach im Punkt bleiben, for real. Und Sombra ist bei mir. Sombra. Ja. Ja, ich müsste treffen, danke. Mercy down? Fouter down? Sombra, die Sombra facken ja. Kann ich eigentlich immer schweben? Äh. Gute Frage. Dafür ist Spiegel echo nicht. Echo ist, glaube ich, in allen, in all den acht Jahren mein am wenigsten gespielter Charakter. Ja. Yes. Gleich kann immer schweben. Mercy hat leider revived. Alter, Echo macht Bock. Oh, oh. Oh, fuck. Oh. Ich versuch's, Soldier zu kriegen. Hilfe! Danke, oh, da nicht nur gerade. Scheiße, bin hackt. Mein Dreh ist hier. Ja. Um euch zu heilen. Hinter uns, Vora. Mercy ist da oben. Oh, ich bin runtergefallen. Shit. Hab Ulti. Ja, wie gesagt, sprinte rein, halt Q. Ja. Ich dachte, ich muss für die Ulti schießen oder so gedrückt halten. Nein, 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 nein. Muss du nicht. Ich schieße automatisch, ne? Ja. Killstreak, perfekt. Warte mal, bis zwei, drei kleine am besten in deiner Nähe sind, ult einfach. Ja. Das haben wir aber, ne? Dürfen wir haben. Genauso. Vorheal. Danke. Ja. Gegen. Oh, Moira, Punkt, Moira, Punkt, Moira, Punkt. Den hole ich. Sie hole ich. Ey, die Moira geht auf mich. Was ist falsch für den? Warum geht alle auf mich? Bin tot. Hab Soldier. Bin tot, leider. Hey, oh, mal da. Gehankt, Moira klebt an mir. War nicht geil. Ich bin tot. Ich bin tot. Die nehmen ein. Ja, sollen die. Können wir nicht verändern. 2 Meter, war es? Die waren wirklich. Du halst mich dadurch angehalten, also, ne? Ich weiß. Oh, oh. Soldier? Hier rechts ist irgendwo Soldier, oh Gott. Ja, I know. Hier, push, 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 push. Ja, pushen. Wir können pushen, ja. Wir können pushen. Der Baum heilt euch. So, der da. Und gibt euch noch Overhelp. Ich bin stunned. Oh, oh. Easy. Gar kein Damage gekriegt, gefühlt. Aua. Aua. Das tut alles sehr doll weh. Alles sehr viel Damage gerade. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Scheiße, ich bin fast tot. Oh, nee, bin tot. Bin tot. Hab'n Kill. Bin leider tot. Ja, ich auch. Aber wir müssen den Punkt jetzt halt einnehmen, ne? Ne, ne, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir müssen... Ja, aber wir müssen... Nichts machen. Wir müssen nicht stressen. Nicht stressen. Wir müssen auch Old aufbauen. Aber Old aufbauen, alle noch mal. Ich hab 85. Ja, ich hatte eben Old. Hab' auch nen Kill gemacht, aber... Ja, ja. Wir bauen Old auf und gehen langsam rein. Aber wir müssen uns so langsam wirklich. Jetzt müssen wir doch so langsam. Nein, 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 wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich bin zwick mal. Keine Schwester. Ja, Soldier, Digga. Du kannst auch gar nichts gegen mich gefühlt machen. Geil, ich schieße auf unsere Diva, Chat. Ja, Baum, gut. Oh Gott, nein, Alter. Es sind drei Leute noch nicht gegangen. Wir müssen over time. Wir müssen over time. Ja, jetzt müssen wir drauf bleiben. Ja, ich bin nicht da. Man hat Diva schon geholt, die Runde. Keine Ahnung. Fuck, du musst rein, du musst rein. Die blickt, komm. Nein. Ja, jetzt lass ich Diva holt. Aber sie geht nicht auf Punkt. Nein. Ich bin noch die ganze Zeit da. Yannick, Alter, wir beide 31 Kills. Digga, wir waren Schatz, ganz ehrlich. Scheiße, 1000 Punkte. Äh, Schaden. Punkte. Digger, Digga. Kuss. Ah ja, der Loot, das war hundertprozentig die Combo mit, ähm, genau, mit Sombra. Mir ist der Name der Fotze nicht eingefallen. Der Soldier war richtig gut aus ihrem Team, 18, 22. Nö? Digga, der...